Bhagavad Gita, Vers 2.72 Dies ist das göttliche, spirituelle Leben. Wenn man es erreicht hat, ist man nicht mehr verwirrt. Ist man selbst zur Stunde des Todes in diesem Bewusstsein verankert, kann man in das Königreich Gottes eintreten. Erklärung Man kann ein Krishna-Bewusstsein bzw. göttliches Leben augenblicklich erlangen, innerhalb einer Sekunde oder nicht einmal nach Millionen von Geburten. Es hängt einzig und allein davon ab, ob man es versteht und akzeptiert. Kathvanga Maharaja erreichte diese Stufe des Lebens erst Minuten vor seinem Tode, indem es sich Krishna hingab. Nirvana bedeutet, das materialistische Leben zu beenden. Nach der Philosophie des Buddhismus erwartet den Menschen nach der Beendigung seines materiellen Lebens die Lehre. Doch die Lehren der Bhagavad Gita lauten anders. Wirkliches Leben beginnt erst nach der Beendigung des materiellen Lebens. Die überzeugten Materialisten geben sich mit der Erkenntnis zu Frieden, dass man sterben muss. Doch für Menschen, die spirituell fortgeschritten sind, gibt es nach dem materialistischen Leben noch ein anderes Leben. Wenn man vor dem Tod das Glück hat, Krishna bewusst zu werden, erreicht man augenblicklich die Brahma-Nirvana-Stufe. Es besteht kein Unterschied zwischen dem Königreich Gottes und dem hingebungsvollen Dienst des Herrn. Da sich beides auf der absoluten Ebene befindet, hat nun das spirituelle Königreich bereits erreicht, wenn man im transzentralen, liebevollen Dienst des Herrn beschäftigt ist. In der materiellen Welt dienen alle Aktivitäten der eigenen Sinn und Befriedigung, wohingegen in der spirituellen Welt alle Aktivitäten im Krishna-Bewusstsein ausgeführt werden. Wenn man Krishna-Bewusstsein erreicht, befindet man sich schon in diesem Leben auf der Ebene des Brahman und deshalb ist ein Mensch, der im Krishna-Bewusstsein verankert ist, bereits in das Königreich Gottes eingetreten. Brahman ist das genaue Gegenteil von Materie. Daher bedeutet Brahmi-Stihi-Tihi nicht auf der Ebene materieller Aktivitäten. Wenn ein Mensch dem Herrn in Hingabe dient, befindet er sich nach den Lehren der Bhagavad-Gita im befreiten Zustand. Daher bedeutet Brahmi-Stitihi Befreiung von der materiellen Fessel. Srila Bhaktinod Thakur hat erklärt, dass dieses zweite Kapitel der Bhagavad-Gita die Zusammenfassung des gesamten Textes ist. In der Bhagavad-Gita werden Karma-Yoga, Jain-Yoga und Bhakti-Yoga behandelt. Im zweiten Kapitel sind Karma-Yoga und Jain-Yoga ausführlich besprochen worden. Und als Zusammenfassung der gesamten Gita wurde auch Bhakti-Yoga kurz erwähnt. So enden die Erklärungen Bhagavad-Gita zum zweiten Kapitel der Srimad Bhagavad-Gita, genannt Inhalte der Gita, zusammengefasst. Im zweiten Kapitel Untertitelung des ZDF, 2020